Der hat mich nicht gesehen. Es geht auch ohne große Action, ne? Sollte nicht, aber geht. Ist das Munition, die ich gebrauchen kann, sag mal? Da ist auch noch ein Sniper. Alter, was ist denn da los hier? Ach ja. Du gehst mir jetzt mal um, sag. Jesus. Ah! Jetzt nicht. Bei dir? Kommt jetzt noch mal einer. Sonst sind die Leute ständig da. Und wenn du einen brauchst zum Runterschmeißen, ist keiner da. Der eine, der kommt doch jetzt wieder zurück. Nein, hier drüben hat es einen von uns erwischt. Oh je. Okay, da kommt er. Jetzt reicht es. Es war so gut. Es ist so gut gelaufen. Ich hasse es, ne? Man, es ist so gut gelaufen. Diese verkackten Kacker, dass die ständig alles hier einbomben müssen und dann siehst du nichts mehr. Es riecht mich voll aus. Es riecht mich einfach voll aus. Es riecht mich aus. Ach, das sind zwei. Ja, dass es zwei sind, habe ich später ja dann auch gemerkt. Wer sind die denn jetzt? Keine Ruhe von Ihnen. Hast du was? Nee doch. Nichts. Such da drüben. Ich übernehme diese Seite. Okay. Also von da kann schon mal nichts mehr kommen. Das ist schon mal gut. Okay, wo ist der Arsch? Der kriege ich als nächstes. Da kommt der zweite. Okay. Ich habe hier kein Glück. Hier ist auch nichts. Such da drüben. Ich gehe hier lang. Sicher doch. Na, teilt euch auf. Los. Och, Leute. Such da drüben. Ich gehe hier lang. Ja, warte. Ich laufe dir hinterher. Ich bin dein Hündchen. Wuff, wuff. Ich gehe hier lang. Vielen Dank. Geh du weg. Das reicht's. So, da gehen wir nämlich auf die Ketten. So, was geil ist, sobald du nämlich einen Schuss jetzt gleich abfeuerst, weißt die ganze Welt, wo du bist. So, was ist das? So, was ist das? Hälter! Das ist zum Kotzen, ne? Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Nein, 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 nein! Oh ja, ganz ruhig. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Ist das denn wahr? Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Ganz geschickt. Wo ist der letzte überhaupt? Ah, da oben. Alles klar, danke. Den krieg ich von hier aus natürlich nicht, ne? Verdammte Tat. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Okay, Kampf ist vorbei. Die ist natürlich schön. Ah, noch so ne schöne Kanone. So. Hier geht's lang. Was haben wir denn hier? Alter Granatwerfer. Oh. Nimm mich in die Munition. Nö. Hast du irgendwas Feines? Hier hat keiner irgendwas Schönes für mich. Die sind alle so geizig mit ihrem Scheiß. So. So. Wie komme ich jetzt hier weiter? Äh. Muss ich hier hoch? Nö. Da. Warte. Äh. Was ist hier hoch? Äh. Äh. Was ist hier hoch? Was ist hier hoch? Warte. So. Mein Gott. Aber so ein bisschen ruhiger, die Action, ist auch okay, oder? Ja, würde ich sagen. Man muss sich ja nicht immer hier wie ein Berserker auffüllen. Weicht ja, wenn die Shoreliner das tun. Was haben wir denn da Feines? Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet. Und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen. Ruhm. Ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einem Mast gewohnt und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unsere Navigator in Zverderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwarnte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffender Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes. Und wie wir alle wissen, hat Montgomery Burns das Atomkraftwerk. Walter Hayes, 1808 war das. Okay, 1800. Wow, ganz schön düster. This would suck. Ja. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Halt, was war das? Halt. 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 Zähl dich hoch, Mann. Oh. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam. Du bist okay. Ja. Mich hört so schnell nichts an. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los. Auf uns wartet dein Schatz. Warte, Mann. Also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher. Weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Traum vom geheimen Piratenutopia geplatzt ist und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten. Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, 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 halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witt sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Ärger. Nichts als Ärger. Was kann ich dir sagen? Nichts als Ärger. Nichts als Ärger. Ja, ich bin immer positiv. Okay. Alter, da kann man doch mal eben drüber balancieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Alter, hörst du auf, wie heute in den Korb zu springen? Keiner zu Hause. Außer die Ratten. Ratten sind immer da. Hier ist das auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Na, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Wo ist das denn hier Schönes? Oh, was ist das? Alter, würdest du mir jetzt erzählen, dass du da nicht durchkommst? Will er mir wirklich erzählen, dass er sich da nicht durchquetschen oder drunter herkriechen kann? Naja, lassen wir mal so da hingestellt, ne? Naja. Nö. Ja, die sind mal... Die Frage ist, müssen wir weiter nach unten? Ja, sehr gerne. So, damit du dich kurz daran erinnerst, ne? Okay. Oh, hallo. Wie komme ich denn an den Schatz da unten? Wie ducke ich mich nochmal? Kann ich mich überhaupt ducken? Ja, kann ich. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich den auch mitnehmen, ne? Okay, das heißt, wir müssen wieder raus. Da geht's nicht lang. Hier oben vielleicht? Nein. Ach, Kinder, wo muss ich denn jetzt lang? Da sieht's doch aus wie... Habe ich hier irgendwo einen L1er? Sam, du könntest mir auch gerne mal helfen. Warum muss ich eigentlich immer alles machen? Da. Oh, Gott sei Dank. Sag mir nicht, ich klasse die Ranken hoch. Ich glaube, ich bin ja auch falsch. Ach, ging's hier nur um... Ach, es ging hier nur um den Schatz. Sag das doch. Ach, endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Hey, da geht's nach draußen. Ach, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Tja. So, ein Glück aber auch. Okay. Nice. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Lieber Dahlia. Und... Und... Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Shh, 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 shh. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Weil auf dieser Insel kein Mensch ist. Es ist nur dieser Ort. Selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Fund. Ja, es hat schon was, äh... Was magisches, ne? Was mystisches, was, äh... Ist leider geil. Gleich kommt Shoreline. Artikel 5. Artikel 5. Mögen diese Sklavenhalter, Mörder und Diebe den Regeln befolgen. Haben, haben, haben die die Regeln befolgt. Okay. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Verschlossen. Na klar. Sollte wohl das kleinste Problem sein, diese Tür aufzumachen. Oh, hallo. Gut erhalten, ne? Gut erhalten für die Zeit. So, wir kommen jetzt zu unserem Wunschgebäude. Wahnsinn. So eine verlorene Stadtstroman, ne? Wo komm ich denn nach oben? Kennst du? Oh. Klettern hier rum? Wie die kleinen Äffchen. Wieso ist die Sprechblase da unten? Was soll das? Ach, lass doch einfach los. Ach so. Ich kann es mal hinsetzen. Keine üble Aussicht. Prost. Ja, Prost. Was wollten wir hier? Wer, die Siedler? Ja. Ich meine, du tust dich mit diesen berüchtigten Gesetzlosen zusammen und was dann? Vielleicht. Einfach ausruhen. Zuflucht suchen. Ein Grog genießen. Es gibt Schlimmeres. Ah, stimmt wohl. Dafür musst du immer Avery Statue sehen. Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir uns anders entschieden hätten? Zum Beispiel deine Zaubershow zum Beruf zu machen? Nein, das war eine gute Option. Aber keine realistische Option. Weißt du was, du bist bloß neidisch. Warst du schon immer. Nein, ich meine, wie wäre unser Leben heute, wenn wir nicht angefangen hätten, Leute zu jagen, die schon seit Jahrhunderten tot sind? Glaubst du, wir hätten dann so etwas wie ein normales Leben? Hm, normal. Du meinst, am Thanksgiving sitzen alle zusammen an einem Tisch, zeigen sich gegenseitig ihre Babyfotos, sowas in der Art? Nein, nein, danke. Nichts für mich. Mir gefällt unser Leben. Ja, die alte Laie. Komm schon, wir. Wir sind glückliche Männer. Das nennst du Glück? Ja, andererseits war ich die letzten 15 Jahre lang weggesperrt, also ist das wohl relativ. Okay, da hast du recht. Das ist viel besser als Gefängnis. Tja. Mein Krug ist leer. Ja, ich wollte gerade sagen, die Bedienung hier ist echt mies. Ja, ich glaube, Nathan würde schon gerne ein normales Leben leben. Wir haben aber auch viel gesehen. Wir haben viel gesehen und viel gemacht. Glückwunsch, ich würde schon mal很 verbrechen. Vielen Dank.